Na ja, da hat die da eben auf nett gemacht in dem Auto, weiß ich nicht mehr, wer das war. Vielleicht ja, keine Ahnung, die kann es nicht gewesen sein, ich sage ja, ich war noch ein Kind. Die kam dann nachher weg, weil die nicht mehr tragbar war für die Schülerschaft, also für die Kinder. Und das hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen, dieses Erlebnis, dass ich da eine Stunde in dieser dämlichen Vorschule im Büro eingesperrt war. Jeden Morgen, wenn ich da hin musste, war mir Hundeelend und das zog sich auch in die Grundschule mit drin. Und die Lehrerin wurde dann informiert, die Grundschullehrerin, Frau Schäbe hieß die, weiß ich noch. Ja, da habe ich drunter gelitten und traumatisch. Und vieles, was Kinder in der Grundschule erleben, ist traumatisch und zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. Was war denn das eben? Und wir bekommen eine gute Idee.